Guten Tag, ich bin Ben. Der Inhaber dieses Kanals. Mein Papa heißt Hoplase. So. Also Leiche wollten wir noch holen, oder müssen wir holen, besser gesagt. Nicht wollen, müssen. Das heißt hier einmal über die Brücke. Also müssen jetzt nicht unbedingt, es ist ja eh nur ein paar Ressourcen. Aber egal, ich will die haben. Vor allem ist da ja dieser neue Stein mit bei, ne? Schnauze. Meins, 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 meins. Von denen gibt es aber auch kaum noch Erfahrung. Guck mal, ich bin hier gerade rausgesprungen, kann das sein? Schau mal, wenn ich hier auch so ein Pilz klär. Ich bin hier gerade so gesprungen. Vor allem hier hat man so Schwaut gedöhnt. Aber kein Schwaut. So, jetzt geradeaus rüber. Kurz auf Dingsen warten. Ich würde sagen, ich fresse noch mal. Aber ich brauche nichts fressen. Ich komme! Abbiegen. Weiter Weg. Oh Mann, wie soll ich dann meine Sachen wieder kriegen? Ich müsste hier, glaube ich, lang, ne? Nicht hier so. Ich glaube, ich sollte von oben lieber daran versuchen. Aber soll ich hier lang? Ja. Ich habe echt Daumenprobleme in letzter Zeit. Weil mein Stuhl ja nicht mehr knarrt, knatscht dafür ganz andere Dinge. Okay, das war ein cooler Move. So, da ist meine Leiche. Oh, da ist mein Stuhl ja nicht mehr so, da ist mein Stuhl ja nicht mehr so, da ist mein Stuhl. Ich kann die G drücken. Also los. Ich kann umschalten. Kann ich eh drücken. Ich kann auch nicht als Cap drücken. Mann! Leg mich am Arsch! Mach ich den jetzt? Okay. Ich hab einfach eh mal gedrückt gehalten. Hab mir den zwar nicht angezeigt. Oh, der Weg ist so weit! Ja! Ja! Da, da, da! Brauchen wir nochmal. Können wir hier her setzen. Bisschen ausruhen. Bisschen ausruhen. Mann! Leider können wir uns nur 6 Minuten ausruhen, aber egal. Ich komme! Guck mal, wie viel Rot da unten ist. Da kriegt's ja die rote Krise. Das Problem ist, ich komm da, also ich muss mich ja da jetzt immer Stück für Stück irgendwie hochbuddeln. Ah, das, ich kann da ja nicht einfach hin und dann nach Hause. Oh! Hohohohohohohohoho. Will geht ja nirgends. Ja, schnauze hier. Kann man da rüber? Ich flieg mal von hier wieder ein bisschen weiter. Tjw- tschuh! Und, não, du? Zum dritten Mal. Guten Tag, Herr Turm. Mann! Wie mich das alles aufregt, ne? Ich will nicht mehr... ...wenn ich da mal sterben. Ich muss ja da wieder runter. Dann muss ich wieder sterben. Ich buddel mich am besten so runter, so als Treppe, würde ich sagen, oder? Moment. Ich muss gleich mal eben runtergehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Kann ich mich hier irgendwo in Sicherheit begeben? Ja, hier, ne? Hier ist kein Schwaut, oder? Ich kann ja gleich weggehen, dann bin ich ja tot auf dem Weg dahin. Aber hier ist kein Schwaut. Gut, das heißt, hier kann ich mich kurz ausruhen. Nein, nicht essen. Aua. 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 Man greift sich hier nicht an. So. Kann ich mich jetzt hier oben... Uuuuuh! Kann ich doch nicht. Alter, ist auch noch einer. So. Muss mal eben runter. Da. Der hat angerufen. Ich hoffe, ich kann jetzt hier so sitzen bleiben. Bis gleich. So. Okay. Waren wir da eigentlich schon? Da waren wir noch gar nicht. Ist das der Town? Aber da geht keine Spitze nach oben. Aber man muss ja... Ne, das ist mein Zuhause. Krypto. Da muss hier irgendwo noch ein Turm sein. Würde ich mal behaupten. Da ist auf jeden Fall noch ein Turm. Guck, normalerweise gehen die Strahlen so hoch. Aber da sind auch keine Strahlen. Na gut. Ich komme. Ich will eigentlich meine Sachen haben. Mann, so habe ich mir aber die Folge nicht vorgestellt. Waren wir mal nicht vorhanden. Hm. Okay. So. Aber ist das da auf der anderen Seite? Ach, ich bin schon wieder hier. Reingelegt. Ich muss da oben rüber. Über die Brücke. Ach, diese Ausdauer. Habt ihr auch so eine Probleme mit der Ausdauer? Kann ja nicht mal rollen. Guck. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt erst. Rollen kostet so viel. Ein Sesamkorn noch im Mund. Puh. Jetzt mal gleich gucken, wie wir unsere Sachen da kriegen. Zwei Gräber da einfach. Also eigentlich müssen wir uns da so runterbuddeln. Das nützt ja nichts. Irgendwie da so einen Weg hinbuddeln. Es knurrt. Ich werde angeknurrt. Mal hier so eine Schräge rein. Zum Beispiel. Muss man doch hier irgendwie wieder hochkommen, oder? So, dass ich da nicht wieder reinfalle. So. Reicht immer noch nicht. So. Ja. Sehr gut. Das ist das eine. Das ist das andere, aber wir haben keinen Platz auf. So. Okay. Komm, das kann weg. Die sieben Steine können weg. Da können wir ja trinken. Noch. Drei. Oh, wir haben so viele Waffen. Hast du geschwert? Hast du geschwert? Hast du geschwert? Okay. Okay. Komm, das klappt. Wir werden hier wieder rauskommen. Ich werde hier rauskommen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich muss hier raus. Ich will hier raus. Sieht fast gut aus. Drei Minuten haben wir noch für unseren Versuch. Mann. Hier stehen wir safe. Das ist halt nicht wie bei Minecraft, dass du da einfach so... Ja! Freiheit! Wie sie duftet! Tschüss! So, jetzt wollen wir aber eigentlich ja trotzdem noch da hoch, ne? Aber da kamen wir ja so nicht hoch. Ich habe ja vermutet, dass wir hier vielleicht so rüberkommen. Dass wir erst da quasi hingehen. Und dann erst da. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir in Sicherheit sind. Sehr gut. Darf ich ein Abo da lassen. Ich habe meine Sachen wieder. Stell dich nicht so an. An Abo da. Los. Warum blinkt das denn alles immer? Alles trägt mich. Alles nervt mich. So, da müssen wir hoch. Und dann da rüber. Wie kommen wir da hoch? Wahrscheinlich hier den Weg folgen, wa? Ja! Tschüss! Da schlafe ich jetzt. Das ist mein Zuhause. Ja, hallo! Was haben wir denn hier? Wieshof. Gut. Ich glaube, wir kriegen das auch alles mit. Wir sind ja eigentlich schon echt gut voll, ne? Das Schild würde ich gerne behalten. Erstmal Überlegungstrauen. Wir haben hiervon auch schon fünf. Ich glaube, den habe ich sogar mit Absicht mitgenommen. Genauso wie der hier, ne? Den habe ich auch mit Absicht mitgenommen. Garn kann weg. Stein kann weg. Also, ein Stück Fleisch kann weg. Tulu! Was? Unerhört. Kann ich welche machen in der Hand? Ne, ne? Doch. Tulu? Was haben wir da? Wahrscheinlich eh nur Müll. Müll. Und hier ist auch noch eine Kiste. Noch mehr Müll. Und hier ist auch noch eine Kiste. Müll. Kann ich die ja jetzt auch mitnehmen. Müll. Das ist auch noch eine Kiste. Alter, wie viele Kisten sind hier? Müll. Was haben wir hier? Wer wagt es? Ich bin Ben. Wenn ich hier da hochkomme, ne? Dann sei nur ein Schwein dir Gnade. Aber nicht mehr ich. Ein komischer Weg hier, ne? Was haben wir hier? Hier sind meistens eigentlich nur mal Armbaste. Schatz drauf. Ist da noch irgendwas gehängen ist? Auch nicht, ne? Ähm... Okay. Na gut. Hier haben wir auch nix. Und dahinter? Nix. Okay. Da haben wir die Brücke. Yes. Aber wir müssen ja hier irgendwas finden. Oh ja. Was geht hier denn ab? Ja. So, da haben wir schon mal unseren Gefährten. Zack. Zack. Und zack. Zweimal Schül und dreimal Schül. Oh, ne süße Ratte. Vor allem rumquietschen. Noch so ein Gedöns. Können wir noch irgendwas wegschmeißen? Was haben wir hier? Ausdauerpunkte. Ganz ehrlich, ich hab immer Ausdauerprobleme. Ich schluck den jetzt. Er ist mir egal, was du sagst. Geschluckt ist geschluckt. Und hier wird nicht gespuckt. Hier auch ne Ratte. Oh, die arme Ratte in der Mauer. Du armes Ding, du. Ruhe im Frieden. Ruhe im Frieden. Irgendwas. Die alten Bücher kriege ich nur, während sie so rumzuladern, oder? Weil irgendwie sehe ich nie, dass Bücher auf dem Boden liegen. Was? Was kann da los? Ich komm da nicht rein. Hier ist ein Brunnen. Kann ich rein? Ich glaube, ich mache eher den Brunnen kaputt, wa? Wie war das nicht? Schwein war das. Da oben haben wir auch nichts da. Was sind das für Ratten? Na, sage mal. Na, sage mal. Was sind das hier für komische Wege? Da ist Voterschwur. Oh, ganz viele Hasen. Euch tue ich nix. Euch nicht. Aber es wird viele nach euch geben. Fängt mit Sch an und endet auf Ein. Aha, hier wollen wir doch hin. Aha, das sieht mir richtig aus. Ich meine, ich salz weg, komm. Den Zauberschabeln können wir auch noch zu legen. Da haben wir auch wieder Platz. Handwerk, Dietrich, zack. Uuuuuh, Baby. Schön. Lass mal gucken. Also unser jetzt zum Beispiel ist ja blau. Der starb. Der ist 23, hätte aber dann 27 und erhöht Mana-Regeneration, erhöht Mana-Regeneration und Mana-Raub. Maximal Mana, maximal Mana und erhöht Crit. Brauchen wir nicht. Also Gift-Schaden. Mal gucken, ob wir den behalten werden oder nicht. So, was haben wir hier? Oh, plötzliches Gemetzel. Oh, ich hätte wach sein müssen. War's aber nicht. Sie stürmten unser Nachtlager mit nie dagewesener Grausamkeit. Ihr Fell war mit blutroten Flecken gesprengelt. Verblast zu verfilzten Rost. Wir waren in ihr neues Territorium eingedrungen. Etwa die Hälfte meiner Brüder und Schwestern ist tot. Absinnt. Verrottete Lakritze. Ein ekelhafter und bitterer Belag, der meine Lippen betäubt. Ich habe für sie gekämpft. Ich habe meine Axt für sie erhoben. Meine Rüstung ist fort. Meine Hände sind für immer rot gefärbt. Wir hätten das Gebiet der Vulkanie betreten sollen. Mutter, bitte verliere nicht die Hoffnung. Durch unsere Adern fließt dasselbe Blut. Ich werde das überstehen. Für meine Untertanen. Und ich werde nie wieder versagen. Jasmina. Jasmina? Wer ist Jasmina? Jasmine! Daneben. So, das heißt, wir haben ja das, was wir brauchen, haben wir eingesammelt. Unsere Quest. Bah, 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 bah. Jepanne, oh! Oh oh. Oh 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 oh. da klappt alles und da sagen wir haben sie vielleicht hier auch ein ambos in ihrem dörfeli ein ambos werfen groß großartig großzügigkeit haben die metall ich weiß gar nicht kann man da rein jetzt aus akzenten die hier was für versteckt player nicht ja nicht ja nicht hier gut da auch nix ja im bett geht ich ordne safe ein ambas da liegt zwar einer drauf aber egal die waffe finde ich cool die leute so schön die würde ich wirklich behalten wollen zum ausprobieren ich meine wir verlieren zwar ein schaden aber egal das will ich auch nicht wegschmeißen ach komm wir haben genug trinke ah ja warte guck mal für so ne kacke ey ne für so ne kacke so hat sich unsere quest eigentlich weiter verlegt ja hier hinten glaube ich ne hier war ja vorher die südliche karawane die sind jetzt da also wir könnten natürlich der südlichen karawane karawane jetzt folgen hallo alter was ist das für ne ratte die crazy shit ratte aber wir gehen eben da rüber erst und ziehen hier noch unseren ding durch ja sollte man da rein könnte ne nein lieber nicht und ess und trinke ich eigentlich nie was also trinken sowieso nicht aber wo habe ich das denn alles da müssen wir werden da leuchtet das road road ein obelist ich tue euch nichts ein obelist der bauer auf das die flamme auf das die flammen angeborenen schutz bieten unvorhergesehen die menschheit ist vergänglich nichts als ein kurzer moment eines eines längs getätigten atemzug ein blänzeln und dann auch trotz ihrer sterblichkeit haben sie feuer geschaffen eine eigene flamme die dem bevorstehenden sonnenaufgang entgegen leuchtet aber was hat mir das jetzt gebracht haben wir jetzt hier mehr das ding ist ich also eigentlich wenn ich das spiel neu starte müsste ich immer erstmal einmal überall mit der maus rüber damit ich weiß was ist neu und was ist nicht neu ist ja richtig schmuh oh da oben ist so viel zu tun ja also ich würde sagen wir gehen erstmal weiter zur südlichen Karawane obelisken vielleicht lernen wir ja noch was in der tat weist der obelist die selben zeichen auf wie jene die wir im ödland untersucht haben dies deutet auf ein formales schriftsystem hin das aus logogrammen und silbenschrift besteht was meine hypothese nur bestätigt bestimmte lexigrafen wiederholen sich was auf ein thema was passiert da links bestimmte lexigrafen wiederholen sich was auf einen thematischen konsens hindeutet oder auf einen begrenzten wortschatz ich sehe jedoch einzigartige zeichen die auf dem östlichen obelisten nicht zu sehen waren ein dialekt wie üblich kann ich die sprache nicht entziffern enttäuschend aber nicht überraschend von Lorelay wir haben was neu da fragezeichen ist das neu fragezeichen das ist auch neu oder sind die nicht neu obelistforschung obelistforschung glaub der hier ist auch neu tausend punkte ich weiß nicht wohin ja hä er ist neu er ist neu er war da nicht ok ok dann wissen wir was wir beim nächsten mal machen wenn wir wieder in der stadt zurück sind yay aber erstmal zur südlichen karawane das heißt einmal hier wieder rüber mhm 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 ihr siezenhasen ich tue euch nix ich tu euch nix da oben ist ne fette Burg ne da oben ist ne fette Burg WEEEEEEEEE ich habe ja dadurch ich bin ja jetzt stärker habe aber eine minute ja weniger mit dem anderen trank da fliegt was mit dem anderen trank hat man ja wieder mehr das maus wenn wieder am schnaufen da ist eine asa tschüss tschüss haase okay wir kommen achso wahrscheinlich hier so lang ich folge erst mal den weg obwohl mich das haus ja triggert ich soll doch runter. Na, schaue mal. Oh, hier darf ich noch gar nicht, wa? Nein! Rote jemiasma tabu! Tabu! Vielleicht hier oben lang, oder so, ne? Rote jemiasma tabu! Kann ich das Rot denn unterscheiden von dem, was ich... wo ich drin rumlaufe? Na, das sieht schon rötlich aus. Aber will ich denn? Achso, da kommt man denn da hoch vielleicht, ne? Ja, dann lass uns lieber runtergehen zu der Flamme des Refugiums. Dahin. Und dann finden wir vielleicht das Haus und dann beamen wir uns... Ah, ich will gar nicht beamen. Ist der Weg wieder so weit? Der weite, weite Weg. Aber wir müssen ja die Taschen leer machen. Und dann können wir die Fragezeichen abzuchen, die da... bei uns in der Nähe sind quasi. Wir können ja auch die Flammenaltar wieder abbauen, dann können wir hier auch neue setzen, ne? Ich meine, ich könnte jetzt hier einen hinsetzen, dann wissen wir, hier... machen wir beim nächsten Mal weiter. Ah, das hätten wir mal machen sollen, ne? Das wäre eigentlich gar nicht mal so doof, ne? Ach, scheiß drauf, Digga. Ui! So, hier war doch das Haus, oder? Häuseli! Hallo, Häuseli! Ein Vokar! Hallo, ich bin euer Meister! Hallo! Schamane Einfach erstmal einen fetten Critter hingelegt Nur Müll, nur Müll. Aber ein schönes Haus. Schönes Dach. Was haben wir denn hier? Gemüse. Wer quietscht hier rum. Ich heilfe euch doch nur. So, alles mitnehmen. So, zufrieden. Schön die E-Taste spammen hier. Was hatte ich nochmal auf der 5 eigentlich? Also auf der Maustaste 5. Hier hatte ich ja das, aber was hatte ich hier? Das weiß ich gar nicht mehr. Kriege ich das hier überhaupt alles mit? Ja, Pflanzenfall. Ah, das nicht. Okay, wehste Welt. Das sind so viele. Da muss man auch mal den Feuerball! Feuerball! Was ist da? Ich hab so viel zu entdecken schon wieder. Wir müssen Platz machen. Ich will hier Tomaten und so mitnehmen, oder? Will ich das? Ja, eigentlich... Ich kann die 6 Stoffe mit... Oh, ich dachte, was krabbelt da denn rum? Aber auch hier diesen komischen Schlammboden oder was das ist? Würde ich auch gerne mitnehmen, ne? Hm, dann schmeiß ich ein Teer weg und nimm dafür hier diesen Boden mit. Was? Hast du nix gekriegt? Erdweg? Also das ist der hier, ne? Jaaaa, okay, schade. Ich dachte, ich kann den vielleicht mitnehmen. Ich meine, eigentlich kann ich hier mal so eine großzügige Probe mitnehmen, ne? Aber wir brauchen unbedingt Farmboden. Das brauchen wir auf jeden Fall. Farmboden. Und Erdboden natürlich, weil ich das ja alles wieder schön machen möchte, ne? Ja, das nützt ja nix. Dann buddel ich hier mal so ein bisschen rum und wir sehen uns dann morgen wieder, wa? Buddeli, Buddeli. Tschüss. Ich hab das Spiel gespielt, das hat mich richtig stark gemacht. Die Action war cool, ich konnte mich darin verlieren. Die Schatten haben mich umhüllt, die Spannung war so groß. Es hat mich gepackt bis zum nächsten Mal. Wenn dir das Gameplay gefallen hat, dann abonnier mich bitte. Das war das Spiel in Shrouded, bin bereit für die nächste Runde. Komm und spiel mit mir. Lass uns Spaß haben. Bis zum nächsten Mal, denn nächstes Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.